Hallo hier, man kann ja auch ein bisschen Corona hier ins Spiel bringen. Mh, nein. Die Seuche hatten wir heute schon. Wir brauchen sie nicht nochmal. Achso, ja, die Schmucke. Ja. Aber die hat gequittet. Ja. Uh, das hatten wir tatsächlich auch schon lange nicht mehr, das Level. Ja, in den letzten drei Tagen, ich glaube, zehnmal. Nein, also ich habe es tatsächlich schon länger nicht mehr. Ah, das ist übrigens der Geist, der Glockenmann. Den, den ich auch so gerne mache. Der mich gerade so nicht gesehen hat. Aber ich höre, ja, ich höre, das klopft. Er hat sich versteckt. Nein. Hat er nicht. Ach, da ist der Ketter. Alles klar. Äh, was ist dieses frei? Oh. Ich habe keine Ahnung, was dieses frei ist. Aber Blackie wird es uns garantiert sagen. Lass uns doch mal, lass uns doch mal auf der Arbeit anrufen. Morgen. Äh, warum? Ja, weil sie beide sich da oben gerade klopft. Ja, ich weiß. Deswegen meine Frage ja. Warum? Oh, Scheiße. Kriegst du das eigentlich auch mit, wenn ich die verpatze? Äh, wenn ich da genug dran bin, ja. Dann will ich ein Buff. Wenn das weit genug weg ist, bekomme ich das nicht mit. Nicht so wie der Killer. Ja, der Killer, der schickt auch den Killer direkt zu mir hin, ey. Ja gut, woher soll er wissen, dass du da bist? Oder, ja gut, eigentlich müssen wir es wissen. Weil Aura sollte eigentlich jetzt gerade frei sein. Sichtbar. Hey, hey, hey. Wer wird sich denn so hängen lassen? Oh, nein, ist gefährdet. Der hat sich, ähm, der hat sich getan und ist gerade hochgelaufen. Ja, das Beste ist, ich bin jetzt gefährdet, weil ich jemanden gerettet habe. Wie gesagt, und der andere ist hinter dem, ja. Der hat echt miese Perks gerade drin. Kommt von Kurzarbeit bedeutet, du bekommst weniger Geld, musst weniger arbeiten und hast genauso viel Arbeit. Ah, das bedeutet das. Also quasi eine Förderung. Weniger Geld, äh, weniger Arbeit, aber doppeltes Pensum. So. Nee, das war nur ein Lufthau. Okay. Ich trau mich nicht darüber. Ich bin unterwegs. Weil der gerade nur von oben, der ist unten hoch und ist kurz in die Richtung. Der ist irgendwie in der Nähe. Das werde ich gleich rausfinden. Da ist er. Wie gesagt, der hat sich, zweimal hat er mir, äh, hallo gesagt. Über die Katze. Das Beste ist, wenn du jemanden vom Marken gerettest, bist du gefährdet. Ich vermute, der andere, der, äh, der gerettet wurde, auch. Das heißt, du bist One-Hit-Futter. Äh, der hat gerade oben aus dem Saloon rausgehoben und hat mich angeguckt. Hm? Und weiß, dass ich den in den Jahrzehnten gerade fertig gemacht habe. Ja, gut, das wissen wir alle. Das Problem ist halt, äh, wenn er da dann... Ja, guck mich an. Ach, da ist er. Dein Einguckskill hat einen gewissen Radius, oder? Mhm. Hm, 36 Kilometer, oder sowas. Okay. Scheiße. Aber er sieht geil aus. Ja, das kann sein. So verbrannt. So nah habe ich ihn, ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, die anderen beiden kommen zu dir. Ja, aber auch genau in die Richtung ist der andere verschwunden. Optimal. Nein, er ist bei mir. Okay, weil Gänsehaut habe ich gerade nicht. Ja, ich weiß. Ich habe dafür Glockengeräusche am Hintern. Autsch. Er hat sich nochmal getarnt, während er jagt, alles klar. Aber du glaubst doch nicht, dass ich jetzt extra wegen dir stehen bleibe, damit du mich jagen kannst. Aha, nee, 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 vergiss es. Hast du ihn gesehen? Ja, während... Jetzt muss ich hier meine Maus nicht mehr. Ja, supi. Jetzt hat meine Maus einfach gedacht. Ach, du willst doch nach links in die Wand. Ja, ja. Der kann das spielen. Er hat vor allem diesen Dingsperk drin, der gefährdet. Das ist echt mies. Okay, tschüss. Ja, kommt direkt einer. Ja, ist mir schon klar. Vor allem, der Killer hat ihn vom zweiten Generator weggeschubst. Ah, nur derjenige, der die Leute vom Haken gerettet, ist gefährdet. Oh, ist das ein wieser Perk. Das werde ich jetzt wahrscheinlich häufiger sagen. Ich vermute, weil wir werden auch noch gefährdet sein, sobald wir den letzten Generator machen. Er kommt auf jeden Fall da hinten rüber. Ja, er kommt zu mir. Ah, und der Random hat ihn abgelenkt. Der jetzt gerade zu dem anderen Typen rennt. Was hättest davon, wenn du den Generator da hinten machst? Dann ist der Typ hier aber immer noch am Haken. Oh, ich bin nicht mehr gefährdet. Ob mal da ist. Ja, genau. Fast nur runtergeholt? Ja. Na komm, heil dich weiter. So. Oben drin ist auch normalerweise einer, oder? Oben auf dem Geländer. Nicht drin? Ich meine, also kann auch sein, dass da manchmal drin ist. Also ist es auch ein Geländer, ist auf jeden Fall einer. Aber der hier ist ein Dreier und der ist schon dritte fertig. Wie häufig? Der kommt zu euch. Ja. Ja. Die Frage, wie häufig er hängt, hat er dir, glaube ich, gerade beantwortet. Geister, der baue ich unten rum? Ja, der Geister, äh, Geistert gerade jemand hinterher. Ja, ich bin jetzt wieder im Generator. Aber der random, ja, der ist er wieder. Ich glaube, der Geistert die ganze Zeit hinten am Generator rum. Nein, jetzt geistert er mir hinterher. Du hast noch nicht gangen, oder? Äh, doch einmal, glaube ich. Letzter Check. Ja, der eine liegt hier vorne vor mir. Richtig. Lieber, der entrinnt den Tod. Wir sind jetzt gefährdet. Ich will ja gerne zu ihm. Ich trau mich nicht. Weil ich nicht weiß, wo er ist. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich hab ihn gehört. Ich mach jetzt mal den anderen. Ja, da trägt er ihn rum. Ich mach den anderen Ausgang gerade auf. Ja, ist okay. Halb. Er rennt zu dir. Ja. Ich mach ihn gleich ganz auf, weil ich glaube, da bin ich. Ja, da ist er. Ist er hinter dir? Ja. Und er hat mich rausgehauen, weil ich ihn noch mal hauen lassen hab. Soll ich dir was sagen? Soll er doch. Ich weiß. Ich bin nämlich am anderen. Ich weiß, aber wenn er mich haut, brauchen wir noch mal drei Sekunden, bis er wieder schnell ist. Oder auf Deutsch. Wiedersehen. Schön, schön. Ach, daher kommt der Spruch, hau raus. Richtig. Oh, nice. Das war der Fortschritt auf 12,5. Ich bin jetzt 14. Ja, aber auch noch oder so. Oh, nee. Ich bin jetzt 19. Keine. Vielen Dank.